und damit herzlich willkommen zu quantum conundrum ich habe keine ahnung was wir genau jetzt mal ein bisschen habe ich habe noch nie was dazu angeschaut aber das ist auch ein rätsel game glaube ich und das soll mein neues rätsel game projekt sein und danach gibt jetzt und ich glaube wenn ich es richtig gelesen habe sind da auch ein paar leute dabei aus dem wealth team welche an portal dran saßen das heißt können ein paar sachen vielleicht ähnliche finden und es hat irgendwas mit näher dimensionen zu tun was genau keine ahnung aber fangen wir gleich mal dimensionen werden gelandet ja von a time that's how these things usually start yes a sister took pity on her brilliant prolific an incredible brother she had somehow gotten in her head that he might be lonely or at least that's what she claims and so on a perfectly fine productive friday afternoon the sister picked up her son from the elwood academy for boys and drop the aggravating child off on my feet the brothers now you I mean the boy had visited quadrangle manner on a few occasions each time was complete with a grand entrance from the brother who was in fact a professor and inventor with a profound and soaring internet with each visit the inventions he exhibited became more slick and cutting edge the boy eagerly awaited the revealing of the professor's latest contrivance but this the most captivating of visits started a bit differently okay okay if i can figure the transdimensional velocity regulator in approximately 0.887 microseconds oh you're here i have the most incredible invention to show you this visit unfortunately i'm a bit indisposed at the moment okay okay bewegen ich möchte die maus langsamer machen holy die ist so schnell sehr krass wo geht es da äh immer auch empfehlen ich halt ein bisschen runden oder drehen meine güte was hier ist immer noch so schnell als ob man also die standardsteuerung ist oh das ist ob man ja so schnell reagieren muss ich finde der grafikstil so das stil hier das erinnert mich ein bisschen an ähm 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 äh hello neighbor oder sieht ein bisschen so aus so ein bisschen weird okay also ich soll das jetzt hier rein bringen okay keine ahnung du bist der professor wozu brauche ich jetzt das ah es muss da rein okay die rätsel gehen jetzt schon los nicht geht nicht weiter wie so dachte ich das aber ich sehe schon weiter wie geht es da weiter okay die rätsel gehenelle wollen wir nicht mehr Hey von Bernhard46 x 6 hier oder hier �gion hier fake took Hallo? Warte, was gerade passiert? Ich bin nicht ganz sicher, wo wir jetzt sind. Die Sicherheitshalte auf meiner Behandlung noch funktioniert, damit ich dich sehe und... Hallo? Du kannst mich hören, richtig? Ja. Schau mal ein bisschen, wenn du kannst. Ah! Es scheint, als ob ich noch in das Intercom-Systeme kann. Na gut, ich kann sicher nicht besser machen. Das ist das... Testen, 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 Testen! TESTING! Da! Much besser. Jetzt! Was in der Welt bist du hier? Du solltest du hier heute sein? Nichts. Na, von der aktuellen, in der Licht in dieser Raum, wir sind noch auf der Rückwärmung. Meine Kopf ist... Es scheint, als ob ich jetzt ein ziemlich großartiges Hematoma. Ein... Auf der Kopf. Ja. 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 Okay. Ich frage nicht, wofür die 1-3-Crew lesen. Ich war in einem neuen Technologien-Sektor. Und dann... Ich weiß nicht. Ich denke, das Failsafe war accidentlich. Leider wird die Front-Tür in der Lockdown bleiben, bis du die Kraft wiederholfen kannst. Wenn du nach meinem Aufbau auf der linksseite gehst, solltest du die Manners-Power-Grid wiederholfen. Fühlt ihr die Planrollen, um in das Forschungs- und Entwicklungslabor deines Onkels zu holen? Ja. Achso. Okay. Das ist einfach nur Statistiken. Okay. Was soll ich machen? Lista. Okay. 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 Das, was du behalst, ist ein early Prototypen der Interdimensionalen Husten. Oder ITS. Genau. Das ist eine Karte meiner Zerstörung, die sollte in die Hand zu kommen kommen. Beide es? Weil es ein Klapp. Hör. Wenn du den Generator in der Hauptsache von einer Runde, kannst du auf die Lockdown auf den Rest der Haus zurückkommen. Es scheint, dass der Bremscher hat die Blüte. Ich denke, du solltest erst einmal beginnen. was soll ich hier ist gelb oder was verstehe ich richtig hier ist gelb hier ist keine ahnung da oben oder was man kann auch man kann auf steuerung kann man springen okay alles klar nicht nur auf steuerung wo geht sie denn überall hin heute kann noch nicht sagen mit dem handschuh anschein warum kann ich denn hier hoch keine ahnung okay unter dann war es ist jetzt hier offen das war so gewollt so wird man jetzt ist es offen okay there's something i must tell you my latest invention has required me to make a few adjustments to the house since the last now one of the topics that our family has been studying for several generations are riffs existing between various dimensions i've been able to develop a power source that will channel enough energy into one of these dimensional riffs that it can be widened enough to travel through mm-hmm okay so while it's be single of controls the power source which allows you to travel to whichever dimension has riffs in the area you can have control over the ability to switch dimensions yet just be patient this door is using one of my inventions the repetitive periodic articulating or a drinking bird except that you are more advanced hä was bringt es ok because your glove is an early prototype it has a few limitations in terms of dimension accessibility and the distance it can be from a receptacle in order to function ok ein perspektivenwechsel ok fangen wir an this is such an early experiment with dimensional shifting so i decided to have it triggered remotely with the drinking bird instead of operating a door the bird will trigger a dimensional shift there is an ids battery in the machine that will power the dimensions which in this case is fluffy dimension in addition to fluffy being embarrassingly adorable it's also rather useful because everything is ten times lighter than normal so that looks like a regular scale it is in fact a portable kinetic mass to electricity converter yeah there is that lovely bird again sometimes i call him desmond ok normal something to note since you're holding a version of the ids device you in fact are not the you in an alternate dimension let me try that again you remain constant so no matter the dimension your mass shape speed and trying personality remain the same ok you should throw that ids battery into the receptacle mounted on the wall there right that receptacle will distribute the power source around the room allowing you to now use your ids device to switch dimensions at your leisure oh that is cool ok so and zack nice ok so and zack ok dimensional riffs in the manner are magnified by the stabilizing energy from the ids receptacle and batteries this is what enables you to slip between dimensions when you're wearing the ids glove so nebenbei das riesengroße sauce ah that's dolly dynamic object linear ligation interface to you a cloning device i like my house just so i decided to add funktionality to her to keep everything consistent wow oh god hmmm need to tune that later holy cow ok ich muss jetzt da rein wahrscheinlich dann schmeißen wir das da rein zack und jetzt habe ich die fähigkeit das ding zu tragen und das stellen wir jetzt da ne warte wo steht da hin zack kann ich auch solche sachen aufheben oder zack zack krass ok rein da die das das so in die und die 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 Anfiguration gebt ihnen einen extra Tick. Vergessen. Das geht ja. Gewehr. Darum heißt ja auch weit wo. Zack. Ah. Okay. Gewehr. Jetzt aber. Oh Gott. Man muss ziemlich genau treffen. Okay. Oder? Ah, nee. Warte mal. Ich hätte vielleicht aus der Dimension rausgehen sollen. Ja, das Ganze ist ein Schalter. Okay, verstehe. Unfortunately, the breaking of this glass is a necessary evil. Don't take that as permission to do it elsewhere. Äh, okay. Wollte ich hier runter? Was haben wir hier? Ah, wieder ein Hochweg. Okay. Was bringt es mir, wenn ich das so habe? Warte mal. Ah, nur zu wissen, dass du das Glas resetst. Danke. Ah, okay. Okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Was bist denn du, Hölfi? Ah, warte. Ich kann so ein Stur, wahrscheinlich verwenden, oder? Brauche ich hier über den Safe. Yes. Und wer bist du? Oh, das Kreature da ist eine interdimensional kinetische Entität. Oder Ike. Ah, okay. Tschüss. Der ist weg. Ich würde das Teil hier gerne mitnehmen. Oh, ich brauche das Teil. Und ich sehe auch gerade, wie es geht. Ja, dadurch muss ich nochmal durchschneiden. Guck mal, ja. Und Feuer. Einer. Was passiert, wenn ich... Habe ich noch verkackt? Ah, nee. Der Flieger ist in den Gründen immer noch genauso gut. Ah, warte. Was passiert, wenn ich so mache? Nein, 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 nein. Wenn ich jetzt das Ding da oben werfe. Ah, das rollt einfach runter. Okay, okay. Das rollt einfach runter. Rübe da. Nice. Meine Fähigkeit ist wieder weg und alles ist ruhig. Ich habe es irgendwie gefunden. Stopp für einen Moment und schau dir das Bild. Die Maschine, die ich an den Dali referte, begann als eine einfache Metallforschung, die in der Familie seit medievalen Zeiten gewesen war. Die originalen Quadrangl-Suit von Armour wurde in dieser sehr Forschung gebaut. Mein Großbriefvater modifizierte die alte Forschung. So that if it had enough raw resources, it could craft steel objects autonomously. This predecessor to Dali supplied all the materials needed to build the Underground Railroad. This machine single-handedly won the Civil War. Ha, 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 not really. Mm-hmm. I made my own modifications to my great-grandfather's designs. The current Dali specifications do not require any raw materials. For example, Dali converts energy from the radioactive science juice directly into matter. I never did sort out, why she makes so many copies of things. Oh well, you can never have too many safes, or chairs, or, um, coffee tables. Okay. Okay. Alles klar. Hallo. Hallo. habe ich fast gepasst? Ja, der Schalter. Hä? Bin ich gerade blöd? Hab ich ihn echt nicht gesehen? Okay. Guck mal, wie wir ihn wieder haben. Zack. Ich habe eine Katze gehört. Okay. In case you're wondering, you turned on the fan. Please say that you don't need me to explain that to you. Äh. Ich habe eine Katze. Oh. Ich muss, ich muss, okay. Das war nicht ganz. Nochmal, nochmal, jetzt, jetzt aber. Putz. Okay. Nummer eins. Oh, warte, okay. Wollte nicht werfen. Okay, das ist eine komische Maschine. Wunder da. Hey, oh, ey, der Sieg. Wer macht dir das selbst neu? Bin ich blöd. Nachkommt. Einmal drauf damit. Jetzt kann man da rein, aber erst auch noch das Zeug. Was macht denn das alles? Das ist aktiviert, die Tür da hinten. Aber was bringt es mir? Ich habe keine Ahnung. Was ist hier, wenn ich da runter springe? Du bist gestorben. Fuck 79, du wirst niemals länger leben als, oh, so ziemlich alles und jeder. Ich fahre in Neustadt drücke, der Tasse. Okay. Ich fahre in Neustadt drücken. Vielleicht geht es mir so leichter, als die Dinge selbst zu tragen. Na, wenn es so ist. Und weg ist es wie. Tut mir leid, dass ich den Spaß verdorben habe. Okay. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir gibt es nichts mehr. Los geht's. Hä? Das ist ein Porträt von meinem Vater. Papa Wilfred Zapp Quadrangle. Er war Teil einer topsecretten NASA-Mission, die Sputnik abgibt und sie mit einem Basketball verwendet. Was ist das? Das macht nicht Sinn? Wait a second. Das war total unnötig oder was? Hä? Hä? Ich verstehe nicht, warum könnte man das machen? Also, ich habe nicht viel über meine Location darüber gesprochen, aber es scheint, als ob ich in irgendeinem Limbo bin. Also, ich denke, dass ich ein bisschen exploren und sehe, was aufsteht. Du, Herr, bist ein Degenerator. Okay. Nice. Okay. Kann man da auch rein? Ich glaube nicht, ne? Nein, komm zurück. Na schön. Naja, das ist zu. Okay. Na gut, dann gehen wir noch herum. Ui, man kriegt sogar Jampoos. Hätte das gedacht. Was macht das? Aktiviert die Tür. Warte geht's. Es war interessant, die Fähigkeit. Und da kommen noch weitere dazu. Also, das ist ähnlich zu Q. Auf jeden Fall. Weil man da, ich, viele verschiedene Fähigkeiten hat. Interessant, interessant, interessant. Ähm. Ah, ich weiß nicht, man muss. Guck mal. Du machst es nochmal? Und das Ding hält es da fest. Zack. Da ich so ein guter Jump'n'Run Profi bin, kann ich dann drüber. Cool. Cool, cool. Aber mal ehrlich, wie riesig ist dieses Haus, Alter? So, was machst du? Gib mal die Schale zuerst drücken. Der Spawn 3 Qs. Okay, das ist... Bild. Gucken wir mal. Was haben wir hier? Ähm. Was passiert, wenn ich das nochmal aktiviere? Aber... Nein, 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 nein. Hauf damit. Hauf damit. Hauf mit dir. Wenn ich das nochmal aktiviere, aber... Mit der Flauschigkeit. Fähigkeit. Dann entsteht aus irgendwelchen Gründen eine Treppe. Okay. Ich geh jetzt nochmal zu dem Bild hin. Jetzt hier ist ein Bild von meiner Großmutter. Und ein Triangle. Auf meiner Mutter. Auf meiner Seite. Ja, das war's. Das war's, was du heute sagen würdest. Was ist das da oben? Das sieht man wahrscheinlich von da oben besser oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Hoch mit dir. Da hoch. Da. Okay. Bisschen glitschig. Also Glitsch. 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 Buggy Buggy. Was zur Hölle geht da hoch, du Spaten? Wait a second. Kann ich nicht einfach so machen? Jetzt muss ich sogar. Ich muss mir meine eigene... Ach. Ich dachte, es gibt sowas wie Steaken. Nee. Wait a second. Warte, mach einfach so. Zack. Zack. Okay. Noch ein Versuch. Oh. Okay. Was machst du? Du aktivierst das Teil. Und jetzt geht's nach oben. This room often gets rather sweltering in the summertime. Air circulation is very important. Lol. Hat was anderes an. Ich hab Schaden bekommen, glaub ich. Hey. Das ist ja cool. Die haben verschiedene... Die sehen unterschiedlich aus. Kommt drauf auf die... Flauschig. Flauschigkeit-Fähigkeit. Ich guck mal. Der wird zum Hasen. Und die kriegt... Kriegt mir... Die Haare oben. Weil die so flauschig sind. Das ist ja witzig. Okay. Alles klar. Ich kriege mich auch Infos zu dem Bild. Wobei, ne. Wahrscheinlich nicht. Ich glaub ich sehr wild schon vorhin. Oder? Keine Ahnung. Ich mach mal so. Ja. Okay. Wir jumpen ran. Oh Gott. Okay. Das ist cool. Das ist dann das erste... Deaktiv... Oh Gott. Warum ich so schnell auf einmal. Warte, hier ist ein Fakten nicht gelesen. Ich würd gern die Fakten gelesen wenn man still. Gibt ja ne Menge davon. Okay. Was bist du? Ah, ja. Mit diesen Spezifikationen solltest du mehrere Objekte in dem Forschungs- und Entwicklung-Lab in meinem Büro. Okay. Die flauschige Dimension ist nun im FE-Labor verfügbar. Okay. Das ist ein von den Tiere, die Dali kloniert, um eher ... ... Intrigierende Resultate. Okay. Das wurde der erste und einzige Fakten völlig elastisch. Ah, das ist klar. Ah, du hast auf einen Teil der Manor, wo ein anderes Typ von Rift ist. Das ist die Gravid-Wolfram-Dimension, oder Heavy, für kurz. Diese Dimension ist in direkter Opposition der Floppy-Dimension und wird Dinge 10x schwerer machen. Okay. Außer eine Person selbst. Okay. Aber das schauen wir uns im nächsten Part an. Weil der Part ist jetzt schon echt lang. Und ... Ja, nächste Fähigkeit sehen wir dann im nächsten Part. Etwas hat das Game auf jeden Fall. Wird euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschau, Leute! und jetzt! Tschau, Leute!